hallo ihr lieben meine kochjacke ist eingestaubt und wir können einfach nicht mehr warten wir wollen wieder für euch da sein wir wollen euch verwöhnen unsere kochtöpfe die brennen und wir haben uns was einfallen lassen für euch was unser tobias euch jetzt mal erklären wird unser koch er wird euch zeigen wie es abläuft so hallo liebe freunde ich hoffe ihr seid alle gesund und ich zeige euch jetzt mal wie das losgeht ihr kommt hier an hände desinfizieren ganz wichtig dann kommen wir zu unserer anja könnt ihr eure speisen abholen es gibt unter anderem schöne saftige burger deftigen burgunder braten ein kleines beispiel davon bloß leckere hausweine könnt ihr ebenso mitnehmen und dann können wir den leckeren speisen gut nach hause fahren und lecker genießen so und jetzt bin ich wieder da ich bitte euch darum unterstützt uns ist eine schwere zeit für alle momentan und wir brauchen euch jetzt momentan in dieser schwierigen zeit bestellt alle kräftig und wir freuen uns auf euren besuch und auf eure anrufe alles weitere werdet ihr auf webseite facebook oder per whatsapp auf haben instagram instagram natürlich auch bleibt alle gesund und bis bald alles gute für euch schanzenbauderodewich und das team auf wiedersehen